ist dritten sommer euch geht es wahrscheinlich so wie mir aber arbeit muss getan werden und wie ihr seht die kartoffeltürme sind weg und wenn ihr sehen wollt was dabei rumgekommen ist dann bleibt dran ja nicht nur wir sollten die ganze zeit wasser trinken bei den temperaturen eigentlich auch die pflanzen aber wie ihr wisst haben wir da ein experiment gemacht von wegen kartoffeltürme hingesetzt und geguckt was passiert nicht groß drum gekümmert dass dieser sommer so heiß werden konnte wird oder wurde und so wenig regen da kam konnten wir ja nicht wissen aber wir haben es durchgezogen wir haben nicht wirklich gegossen vielleicht einmal aber das wasser lief an der seite vorbei und ja am besten fangen wir an mit dem der mit den brennnessel stiehen geschützt wurde und da fangen wir mal an schaut zu und da fangen wir mal an und da fangen wir mal an Ja, die Ernte des Kartoffelturms mit den Brennnesselstäben drumherum. Erstens muss man sagen, dass sie rechts und links rauskamen. Sie kamen nicht direkt oben raus, weil sie natürlich da überall Luft gerochen haben und durch die Lücken durchgekommen sind an der Seite. Dann muss man sagen, es war jetzt 2018 ein extremer Sommer, das wisst ihr alle. Und wir haben versucht auch überhaupt nicht zu gießen. Wir haben vielleicht, wenn es hochkommt, einmal, also zusätzlich zum ersten Mal angießen, haben wir vielleicht zweimal insgesamt gegossen sozusagen. Und wenn man sich die Kartoffeln jetzt so die Sachen hier anguckt, die Laura ist das natürlich, also die Sorte Laura, dann sieht man hier überall so kleine Nippel noch dran. Die meisten habe ich schon abgerissen und die fliegen in der Erde rum. Aber hier sind überall so kleine Nippel noch dran, also auf ganzer Längern sogar noch. Das heißt, wäre mehr Saft da gewesen, mehr Wasser, dann wären die wahrscheinlich alle noch was geworden. Und auch insgesamt, wir haben fünf Kartoffeln reingemacht, also vier ganze, eine halbe. Ja, also wir sind plus minus gleich rausgekommen, vielleicht zwei mehr. Dann hat sich noch eine Maus eingesiedelt bei uns. Da zweimal eine Kartoffel angefressen von der Maus. Und wenn man hier guckt, die ganzen kleinen Kram hier, das wäre auch alles mehr geworden, wenn es mehr Wasser da gewesen wäre. Also die Dinger trocknen auch schnell aus, das habt ihr gesehen, staubtrocken. Also dieses Jahr besser als letztes Jahr, aber noch nicht optimal. Interessant, was dabei rausgekommen ist, oder? Jetzt kümmern wir uns mal um den zweiten mit der Pappe. Jetzt kümmern wir uns mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, der zweite mit der Pappe drumherum ist auch geerntet. Und dasselbe Spiel, die Pflanzen hatten auf jeden Fall viel mehr Potenzial. Man sieht, also die Pflanzen sind auch gerade nach oben rausgekommen. Man hat auch bemerkt beim Ausholen, dass komplett an der ganzen Pflanze entlang, nach unten bis nach unten, sich Kartoffeln gebildet haben. Und insgesamt auch durch die Pappe wahrscheinlich besser geschützt war die Erde zum vorm Austrocknen. Da es war relativ, also für die Verhältnisse, feuchter als beim anderen, beim Brennnesselturm sozusagen. Und wenn man sich hier auch anguckt, sind auch ein Haufen kleiner Kartoffeln, die noch hätten was werden können. Also, da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial hinter. Und es gibt ja auch Systeme wie zum Beispiel ein Regenrohr in die Mitte, also ein einfaches Rohr, ein dickes, diese orangenen, dicken Rohre in die Mitte. Oder irgendwas in der Art und Löcher rein und dann da drinnen immer mal wieder komplett Wasser reingießen. Weil die zweimal, die wir gegossen haben, ist das Wasser eigentlich auch nur am Rand vorbei geflossen und auf den Boden gesickert. Also nicht wirklich in den Turm hineingekommen. Daher, wenn man das Ganze noch so gestaltet, also könnte wahrscheinlich die Ausbeute hier auch wieder fünf, fünf, beziehungsweise vier ganze Kartoffeln und eine halbe Ausgangsposition. Und man, also da kann man nicht meckern, wenn man weiß, nicht gegossen, nichts, gar nichts gemacht mit denen. Und so sieht es trotzdem aus. Also, der stimmt einen echt positiv, das Ganze nochmal zu wiederholen. Hoffentlich nicht mit so einem Sommer, dass man es so gießen müsste, sondern dann wieder mit natürlichen Regen, der von alleine kommt und nicht monatelang ausbleibt. Ja, die Pappe schien am besten zu sein bisher, ne? Also schützt vorm Austrocknen. Gut zu wissen fürs nächste Jahr. Und dann gehen wir jetzt noch nach hinten zu dem Kartoffel... ...zu dem Kartoffelkübel. Zu dem Kartoffelkübel. Kartoffelkübel. Und dann gehen wir jetzt noch nach hinten zu dem Kartoffelkübel. Und dann gehen wir jetzt noch nach hinten zu dem Kartoffelkübel. Ja, hier. Okay. Und hier Eier und so. Ja, ja. Ja. Da, Eier und so. Da, Eier und so. Wie geht der an, ist die Eier, also die Eier und so. Fäuchten. Also, Eier und so. Okay. Okay. Also, Eier und so fäuchten. Vielen Dank. Ja, Fazit zum Kübel, Kartoffelkübel, dasselbe Spiel auch, wieder vier Ganze, eine halbe und ja, die Erde ist insgesamt feuchter gewesen, aber wie man sieht, also die Pflanzen hatten auch Potenzial, würde ich mal behaupten, hatten auch wieder viele Knollen dran auf ganzer Länge, aber ja, vielleicht ist es auch wegen der Masse, also der Tower, der Kartoffel Tower ist ja sozusagen, zweimal so groß wie so ein Kübel, also kann jeder für sich selber entscheiden, was er da besser findet, zwei Kübel hinzustellen oder lieber einen großen Turm mit Bewässerung und ja, aber sieht gut aus. Kann man nicht meckern für den trockenen, sehr trockenen Sommer, ohne zu gießen, also hier wieder, man könnte mehr haben. Ja, falls ihr das Video interessant fandet, gebt uns gerne mal einen Daumen nach oben. Wir freuen uns über jedes Kommentar und auch über jedes Feedback, wie bei euch die Kartoffelernte aussah dieses Jahr. So sah sie aus bei uns, die große Ernte, die kommt erst noch und ihr wisst ja, Kartoffeln erntet man, äh, lagert man am besten im Keller, schön kühl, ohne Sonne und auch ungewaschen. Aber wer eine kleine Wäsche gebrauchen könnte, das bin ich und dafür sind diese ganzen, äh, die ganze Hitze, die wir zur Zeit haben, natürlich perfekt. Und einfach mal, huuuh, oh, einfach mal sowas. Also damit viel Spaß bei euch im Garten, nutzt die letzten schönen, warmen, kalten, warmen Tage noch, bevor es wieder kalt wird. Damit viel Spaß und tschüss, bis zum nächsten Mal. Oh, schön kalt. Es war zwar das erste Mal in diesem Monat, in diesem Jahr, aber irgendwie hätte ich es öfters machen sollen, das ist schon ganz geil. Ja, geil. Tschüss.